Wie lange noch? Die Franketti als seine Solistin? Ich glaube, die Rechte wird das in der Flanstelle. Ja, wenn Frau Franketti als Tänzerin Karriere machen will, wird sich ihr Mann das was kosten lassen. Viele überfehle bei den Frauen, die sie nicht verstehen, die sie nicht durchschauen. Nur aus diesem Grund habe ich versucht, sie etwas auszulehren. Ja und nein, das kann dasselbe sein. Es kommt dabei nur drauf an, ob der Mann entlang fühlt oder nicht. Ja und nein, das kann man sein. Das kann dasselbe sein. Es kommt dabei nur drauf an, ob der Mann entlang fühlt oder nicht. Drück mir die Daumen, Maria. Du müsst da keine...